Ja, natürlich hat es Spaß, wenn es 300 gewinnt, aber in erster Linie war es eine harte Arbeit. Es war ziemlich heiß und es war ein schwieriges Spiel und wir haben es aber sehr gut gelöst. Wir haben unser Spiel durchgezogen und darum haben wir gewonnen. Was habt ihr euch vorgenommen für heute? Ja, so wie bei den letzten Spielen, dass wir vorne attackieren, dass wir pressen, dass die Gegner nicht rausspielen können und dass keine Luft zum Atmen haben. Und dass wir einfach nicht so unter Druck kommen und das gelingt sehr gut. Und heute hat man es wieder gesehen, dass wir das schon sehr gut spielen können. Aber es gibt immer noch etwas zum Verbessern und an dem bleiben wir dran. Tore zu einem günstigen Zeitpunkt für euch? Ja, natürlich sind die Tore auch zu einem günstigen Zeitpunkt gefallen, aber wir waren, glaube ich, die überlegene Mannschaft, da haben wir super Chancen gehabt und ganz verdient gewonnen. Ja, da hat der Fluss funktioniert und dann haben wir es 1-0 gemacht und das war wertvoll. Ihr habt viel wissiger in den Zweikämpfen gewirkt und seid sehr aggressiv auch ins Vorchecking gegangen auf die zweiten Bälle. War das so geplant? Ja, sicher. Ich glaube, das will jede Mannschaft, die vorne anpressen, wir würden es schaffen. Und seid ja aufgegangen und Gott sei Dank, wir haben es 1-0 gemacht, als er es hat. Ich glaube, dass wir sehr gut in das Spiel gestartet sind, dass wir die aggressivere Mannschaft waren und über 90 Minuten auch die besseren und auch der verdiente Sieger. Ihr habt jetzt viel aggressiver in den Zweikämpfen. Ja, das ist richtig. Also, wir haben versucht, Rapid nie rauszuspielen, dass die nie rausspielen können und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Und dann haben wir die Konta auch sehr gut gefahren und haben Gott sei Dank auch die Dürre erzielt. Stimmt der Eindruck, dass hier im Mittelfeld besser organisiert wird und einen Übergewicht gehabt hat? Ja, also wir spielen ja schon sehr lange so zusammen. Also, da verstehen wir uns eigentlich am Platz sehr gut. Also, da weiß jeder, was der andere macht. Und von daher schaut das vielleicht bei uns kompakt aus wie beim Gegner. Es war einfach geil von der Kulisse her, dass man ein Derby im Hauptspiel spielen kann. Das ist schon sowieso geil für 30.000 Leute und dass man dann nach dem Spiel noch einen 3-0-Sieg mit den Fans feiern kann. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes als Austria-Spieler. Das heißt, wenn Sie das einordnen in andere Derbys, zum Vergleich, wo steht das dann? Ist das vielleicht sogar eines der Besten? Ja, sicher. Ich glaube schon. Also, aus unserer Sicht auf jeden Fall, glaube ich. Aber Rapid war teilweise auch gut. Also, die haben auch Chancen gehabt, haben es aber nicht genutzt. Und aus unserer Sicht haben wir unsere konzentriert verwertet, was ganz, ganz wichtig war für uns. Dass wir halt in Führung gehen und dass wir es natürlich dann ausbauen. Und wir haben heute auch fassmäßig sehr, sehr gut gespielt. Den Ball gut rennen lassen. Es war sehr schwierig durch die Wetterbedingungen für Rapid und für uns. Aber trotzdem, glaube ich, war es ein verdienter Sieg, weil wir halt bis zum Schluss wirklich konzentriert gespielt haben. Heißt das, dass die Austria mittlerweile da ist, wo man auch hin wollte nach der Vorbereitung, ein bisschen Einspielphase und jetzt wirklich auch die Stärken so ausspielen kann, wie man sich das vorstellt? Ja, auf jeden Fall. Wir attackieren vorne. Wir spielen sehr offensiv. Wir schauen, dass wir vorne den Ball erobern, dass wir gleich beim Tor sind. Die Chancen natürlich kommen auch dadurch. Und die müssen wir einfach wie heute konzentriert ausnutzen. Dann tun wir uns einfach im Spiel leichter. Und ich habe das auch schon gesagt, ganz am Anfang vom Spiel zu spielen werden wir immer stärker. Weil wir immer mehr in den Rhythmus kommen, weil wir mehr Kraft sammeln, weil wir Gas geben können. Und von dem her, vom Kombinieren und das Ganze, die Freude am Fußball, die kommt einfach. Und momentan haben wir sehr viel Spaß und ich glaube, im Fußball ist das das Wichtigste. Freude am Fußball und Spaß werden Sie heute wahrscheinlich auch mit Ihrem Tor gehabt haben. Ja, sicher. Ich hoffe, das zählt jetzt. Also, was ich sage. Aber Eigentor ist lächerlich. Also, das kann nie ein Eigentor sein, weil der Ball so oder so eingefallen wäre. Aber es ist mir im Prinzip egal. Wichtig war, dass der Ball einfach nur drin war. Ich denke, wir waren auf der besseren Seite. Ich denke, wir verdienen zu gewinnen. Wir spielen gut Fußball. Wir haben sie ein paar Mal gespielt und haben sie gespielt. Wir haben sie gut gespielt. Also, ich denke, wir verdienen zu gewinnen. Nach acht Goal in der Europäischen Union, was dein erste Goal für dich? Für mich war es gut. Ich war natürlich sehr glücklich, dass wir gegen Rapid Wien in der Derby gewinnen waren. Ich denke, es ist immer fantastisch. Aber für mich ist es egal, welche Kuppe ich score, welche Liga oder was. Für mich sind alle Gäste. Es ist egal, welche Liga oder was. Aber es ist gut, zu scoren. Wenn du das letzte Spiel für die Europäische League vergleichst, denkst du, dass die Österreicher jetzt all die Kraft spielen kann? Ich denke, so. Ich denke, wir sind in guter Form. Ich denke, wir performen zusammen sehr gut. Wir fühlen uns sehr sicher. Wir haben 5-0 gewonnen. Wir haben 5-0 gewonnen. In der Europäischen Union haben wir auch sehr gut Fußball gespielt. Heute haben wir 3-0 gewonnen. Wir sind auf einem hohen. Ich hoffe, wir können uns auf den Fokus fortsetzen und weitergehen. Und am Dienstag ist das nächste Spiel. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir das David gewonnen haben. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man dann mit einem 3-0-Sieg nach dem Spiel dasteht. Ich denke, das Spiel war bis zum 0-0 vorhin an der Kippe. Es war ein offenes Spiel. Wir haben versucht, aggressiv vorhin zu attackieren. Was mich besonders traut an der 3-0, dass alle drei Tore hervorragend herausgeführt worden sind. Und da waren wir, glaube ich, in den entscheidenden Phasen die bessere Mannschaften. Natürlich seit der Umstellung von der Formation und dass wir einfach selber früh attackieren, das ist uns sehr, sehr zugute gekommen in letzter Zeit. Und da sieht man, dass uns das extrem hilft. Und an dem wollen wir einfach dranbleiben. Die Brust ist breit, auch für Donnerstag. Natürlich, mit jedem Sieg wird es natürlich immer breiter, die Brust. Und ich hoffe, dass es dann am Donnerstag noch breiter wird. In der Kabine war es recht laut. Ja, natürlich, so ein Sieg gerade im Derby ist immer wichtig. Wenn er dann so klar ausfällt, dann kann man das schon einmal so feiern. Perfekt, danke. Was ist denn eigentlich schön, ein Derby-Sieg nach 25 Minuten oder nach 90 Minuten? Nach 25 muss nicht so lange rein.